Hi Leute, heute kommt wieder ein neues Video. Und zwar habe ich heute ein weiteres Herbstvideo für euch. Und zwar zeige ich heute einen kompletten Herbstlook. Und zwar das Make-up, die Haare und das Outfit. Und das war ziemlich viel Arbeit, also hoffe ich mal sehr, es gefällt euch. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!